Autofahrer aufgepasst, Blitzermarathon in NRW. Autofahrer aufgepasst, Blitzermarathon in NRW. Autofahrer aufgepasst, Blitzermarathon in NRW. In Nordrhein-Westfalen, NRW, steht der nächste Blitzermarathon bevor. Eine Initiative zur Verkehrssicherheit, die darauf abzielt, die Geschwindigkeit auf den Straßen zu kontrollieren und die Zahl der Verkehrsunfälle zu reduzieren. Der Blitzermarathon ist ein einmal jährlich stattfindendes Event, bei dem Geschwindigkeitsmessungen an zahlreichen Standorten durchgeführt werden, um Verkehrsteilnehmer auf ihr Tempobewusstsein aufmerksam zu machen. Während der Aktion werden an verschiedenen Punkten auf den Straßen Geschwindigkeitsmessungen vorgenommen und die Ergebnisse veröffentlicht. Die Polizei betont, dass das Ziel dieses Marathons nicht nur die Ahndung von Geschwindigkeitsüberschreitungen ist, sondern auch die Sensibilisierung der Autofahrer für die Gefahren überhöhter Geschwindigkeit. Viele Unfälle, so die Beamten, könnten durch einfache Geschwindigkeitsanpassungen verhindert werden. Außerdem führt die Polizei mit diesen Aktionen eine umfassende Abgleichung der Verkehrssicherheit durch, indem sie auch andere sicherheitsrelevante Aspekte kontrolliert, wie etwa die Verwendung von Sicherheitsgurten und die Einhaltung von Anlieferungsvorschriften in verkehrsreichen Gebieten. Die Vorbereitungen für den Blitzer-Marathon laufen bereits. Die Polizei in NRW kündigte an, dass man die Bürger im Vorfeld über die Standorte der Geschwindigkeitskontrollen informieren wird. Dies geschieht in der Hoffnung, die Autofahrer dazu zu bringen, ihre Geschwindigkeit freiwillig zu drosseln. Die Behörden sind überzeugt, dass ein transparentes Vorgehen letztendlich zu einer positiven Verhaltensänderung führen kann. So wurde in der Vergangenheit festgestellt, dass nach den Blitzer-Marathons die Geschwindigkeit in vielen betroffenen Gebieten für einige Zeit tatsächlich gesenkt wurde. Die Teilnehmer der Aktion sind nicht nur die Polizeibehörden, auch zahlreiche Städte und Kommunen in NRW unterstützen die Initiative. Lokale Verkehrsschützenvereine und Organisationen, die sich für Verkehrssicherheit einsetzen, haben ihren Teilnehmerkreis erweitert und wollen aktiv zur bevorstehenden Aktion beitragen. Diese Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Institutionen zeigt, wie wichtig der gemeinsame Kampf gegen Geschwindigkeitsüberschreitungen ist. Man stellte fest, dass die Teilnahme an der Veranstaltung das Bewusstsein für die Verkehrssicherheit in der breiten Bevölkerung stärkt. Die Rückmeldungen und Statistiken aus früheren Blitzer-Marathons zeigen positive Trends in Bezug auf die Verkehrssicherheit. Die Polizei merkte an, dass die Zahl der Verletzten und Verkehrsunfälle infolge des Marathons in den darauf folgenden Monaten wesentlich gesenkt werden konnte. Die Rückkehr zu verantwortungsbewusstem Fahren ist ein langfristiger Prozess, der durch solche Aktionen gefördert wird. Ein bedeutender Aspekt der kommenden Aktion wird die Auswertung und Besprechung der gesammelten Daten sein. Darüber hinaus wird die Polizei in der Lage sein, gezielte Maßnahmen zu entwickeln, um spezifischen Problemzonen in der Verkehrssicherheit entgegenzuwirken. Die Behörden betonten, dass diese Maßnahme nicht als Bestrafung, sondern vielmehr als Präventionsmaßnahme gesehen werden sollte. Ein sicheres Straßennetz ist das Ziel aller Beteiligten und jeder Einzelne kann dazu beitragen, indem er sich an die Verkehrsregeln hält. Insgesamt zeigt der bevorstehende Blitzer-Marathon das Engagement der Behörden für die Sicherheit auf den Straßen von NRW. Autofahrer werden aufgefordert, Verantwortung zu übernehmen und auch zukünftig auf ihre Geschwindigkeit zu achten, um Unfälle zu vermeiden. Die Polizei hofft auf eine rege Teilnahme und Bewusstseinsschärfung in der Bevölkerung, um ein sicheres und verantwortungsvolles Fahrverhalten zu fördern. Montag, 5. August 24.